Peter Kunz, Routenkontroller auf der Herzroute. Wir sind eine freiwillige Equipe, wir heissen Freunde der Herzroute und wir kontrollieren die Herzroute-Etappe zweimal pro Jahr. Unsere Hauptaufgabe ist die Qualitätssicherung, wir schauen, dass alle Schilder richtig stehen, dass Schäden behoben werden. Das ist eine Herzensangelegenheit von mir. Die Herzroute zeigt mir eine völlig neue Schweiz, eine andere Schweiz, abseits von touristischen Hotspots, mit viel Spass.